Untertitelung des ZDF, 2020 Weißt du, was heute Abend in der Stadt los ist? Nee. Man kriegt ja nichts mehr mit. I thought that I'd always have been good to you. But I couldn't face the truth in you that day. Yeah, yeah, yeah. And now I feel it has to be the only way. Cause you don't lie to me. Cause you don't lie to me. Cause you don't lie to me. Ich kann Radio Hannover nur wünschen, dass sie da ein bisschen frischen Wind reinbringen, ein bisschen Staub aufwirbeln und kann da nur alles Gute wünschen. I tried to find the easiest way out Cause I didn't want to lose my cloud But I couldn't face the truth in you that day. Yeah, yeah, yeah. And now I feel it has to be the only way. Cause you don't lie to me. Wir sind Hannover und werben in Hannover. Ich wünsche Radio Hannover einen guten Sendestart. Wir haben ja schon seit vielen Jahren in Niedersachsen den werbefreien Bürgerrundfunk. Und die Idee war eben, da zusätzlich mehrere kommerzielle Sender, wenn möglich, einzuführen. Es ist einfach gut, wenn es Informationen über die Region, über die Stadt gibt und wir haben ganz viel zu tun. Das gute Gefühl, was ich jetzt habe, das wird sich verbreiten. Und, wie findest du's? Ganz schön heißer Scheiß. Und, was machen wir jetzt? Natürlich gehen wir auf die Radio Hannover Party. Mäuschen, da ziehst du mir aber bitte was anderes an. No, 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 nooo. Millionen Hannover.